Du hast da ein paar Knöpfe an der Leiste. Jetzt drück einmal auf einen drauf. Den brauchen wir nicht. In die andere Richtung, das passt schon. Ah, jetzt. Jetzt geht er vor. Das müsste eigentlich passen. Genau. Dass du hinkommst, dass du mal den anderen Knopf noch bewegen. Nein, nein. Da hast du drei. Reparation. In der Mitte? Was? Nein, der nicht. In Außen? Machst du mal den ja auch. Halt, jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Ja. Mal wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. So. Jetzt gehst du mal auf deinen Osten. Geht nimmer. Batterie leer. Okay, jetzt einmal weiter geht. So, also dann. Bums. Dann bums, hau die Tür zurück. So. Jetzt gibt's den Spendakel. Jetzt kommt der Spendakel. Jetzt kommt der Spendakel. Ach, wie schön. Peace. Peace. So. So. Jetzt pass auf, wir können ja rauf. Jetzt geht das Ding runter, dann ziehen wir es ein bisschen raus und jetzt machst du den Hebel wieder fest, wieder nach oben. So, jetzt passt er vielleicht ein bisschen besser. Passt, ja. So, jetzt machen wir dasselbe. Wie gesagt, noch ein bisschen Gas geben und mit dem rechten Fuß arbeiten. Mit dem Fuß in die Hosentasche. Okay. Ja. So, jetzt darfst du die Bremse drehen und du musst deinen Schlüssel weiter drehen. Jetzt musst du Kraft haben, Alter. Jetzt geht es los, Alter. So, jetzt nimmst du den Hebel, du musst da vorne den Ding runterziehen und runterziehen bis auf den. Jawohl. So, wenn du jetzt deine Bremse löst, dann roll da schon. Und schau lieber an den Dreh. Dreh, 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 Dreh. Dreh, Mann. Dreh, Dreh. Nicht zu schauen, bist du da drüben. Dreh, Dreh. Ja, weiter lenken, du. Du musst jetzt schauen, wo möchtest du hin. Genau, und da musst du anlenken. Dreh, Dreh, Dreh. Immer schauen und so lange an dem Ding drehen, bis dein Auto dort nachfährt, wo du das haben willst. Wie möchtest du auch bei Autofahren und Eval merken? Dreh, da musst du jetzt wieder anders nehmen, weil sonst하면 es jetzt werčiert. Wichtig beim Autofahren ist immer, das weit vorschauen. Ja. Wo will ich hin, denn wie willst du irgendwo hinfahren, wenn du nicht einmal weißt, wo es noch geht? Ganz einfach, sonst kannst du mir ein bisschen Gas geben wollen.